Die Erkrankung der Erkrankung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa salaatu wa salaamu all akhtafil musallin Sayyidi na Muhammadin wa ala Ahli wa sahbihi ajma'in Rabbish vahhi sabari wa isar l'amri wa hahn al'akudataan men lisaani yafqahu qawli Inshaallah machen wir wieder weiter in Imami 2 wieder neue Buchstaben und diesmal machen wir die Buchstabe Harf Al Qaf Harf Al Qaf Harf Al Qaf kann man sagen vielleicht wie Kuh ungefähr wie gesagt immer die Buchstaben die haben immer am Anfang und in der Mitte und am Ende mit Buchstaben und am Ende getrennt Harf Al Qaf am Anfang am Ende mit Buchstaben am Ende getrennt noch eine am Ende getrennt Harf Al Qaf der hat immer zwei Punkte oben gibt es eine mit einem Punkt oben und Al Qaf immer mit zwei Punkte oben jetzt machen wir wieder mit einem Harakat Qaf plus Fetha 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 Qaf plus F Q Q plus Sكون Q plus Sكون Normal Q plus Fetha Q Q plus Dm Q Q plus Dm Q QN QAF plus KASRATEN QN QAF plus KASRATEN QI QAF plus SOKUN QA Wir werden hier mit dem HHUROF ALMAD QAF plus JAN QAF AF QAF QAF AFA 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 Kaaf plus Fetha ka plus Alif ka langitin ka Kaaf plus Dm ku plus Harf Almed Alwao Kaaf plus Kasra q plus Harf Almed Alwao Kaaf plus Kasra q plus Harf Almed Alwao Am indi qi kaaf plus Tnwim fattahati qan nirmal kaaf plus Fetha ka plus Harf Almed Alif ka panic und das weiter plus plus mal w in plus casre plus horf mal a li bull Base mit k j � plus k s k K plus Hرف K K plus Tänuyn Kan Kan Bevor ich Hرف K K K Plus K K K K K K plus K K K K Ein alter Bursch Harf R plus Sukun R R R plus Sukun R K R Und dann haben wir hier Harf Del Tänuyn Tänuyn Dun Dun Ker Dun Ker Dun Was heißt Ker Dun Affe Nuheh? Affe Ker Dun Dann noch mal eine Neue. Haraf Alba Plus Fatsha Ba Ba Haraf Alkaaf In the middle Plus Fatsha Ba Ba Haraf Arra Plus Fatsha Ra Ba Haraf Alta Plus Tenwin Unda dummatain Tun Ba Kaara Tun Was heißt Baqaratun? Kuh Ba Kaara Tun Noch ein Beispiel Haraf Haraf Alba Plus Dumba Bu 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 Haraf Arra Plus Sukun R R Arra Harf Harf T Plus Dumba To 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 Komt plus die mit plus tern tern dann ist zusammen bortuqaala tern bortuqaala tern bortuqaala tern ist ein orange bortuqaala bortuqaala tern janeukana harf alkaaf plus fathaha ka ka harf alam plus fathaha la 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 harf almii plus tenuin oder dommatin ka la mun was ist ka la mun das ist ein stift ka la mun diese buchstaben mit schwarzen wir haben schon alle gemacht das sind keine neuen buchstaben das sind alle alte buchstaben wenn jemanden zurück an die siebte und sechste und fünfte und vierte und dritte und zweite stunde sind schon drinnen diese schwarze buchstaben so nochmal ka plus kasra qi kir dun ba karatun bur tuqaala tern ka la mun so kannst du anfangen wieder zusammenfasung ganz schnell harf alkaaf plus fathaha qa qa dumma qo qaaf dummatin oder tanuin qn qaaf plus kasratain oder tanuin qn qaaf plus kasra qi qa qa malun qa 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 plus fathaha qa 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 five qa qy chen qaw qa qa qaz qa qi qw qa qa q-qa K-K-K plus Harf Al-M-D-L-Y-A-K-K-K plus TANW-Y-M oder FET-H-T-Y-N-K-N Beispiel KER-D-O-N auf BAK-K-A-R-T-O-N K-K-K-A-K-K-K-K-K-A-L-A-T-O-N Orange K-L-A-M-On Stift Und das ist unsere 8. Stunde In-Shallah machen wir wieder weiter mit einem zweiten neuen bosch outfit Und das ist Harf Al-Jeeam Harf Al-Jeeam Gym Gym Ich glaube wie G Es war es nicht Gym Gym Bei uns sagen wir mal Gym Gym Ja? Gym Gym Machen wir wieder am Anfang und in die Mitte und Harf al Gym Am Anfang Harf Al Gym in die Mitte Harf Al Gym Am Ende mit Buchstaben und dann Harf Al Gym Am Ende getrennt Harf al Gym Der hat immer auch eine Punkte unten Weil das sind drei Buchstaben sind alle gleich aus Einer hat einen Punkt unten und einer hat einen Punkt oben und einer hat gar keinen Punkt Ja? Und diese haben wir ja schon einen Punkt unten Harf al Gym mit dem mit dem Harf al Gym plus Fetha Jah Jah Harf al Gym plus plus Dome Jah Harf al Gym plus Dome jah 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 Amerikan und dann jah 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 Harf al Gym plus Fetha jah 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 Dome Jum plus Dummatain oder Tänwien Jum plus Kassratain oder Tänwien Jinn Jum plus Kassra J Jum plus Sukun J Jum plus Kassra 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 J Ja Jim plus Fatsha Ja Plus Alif Ja Jim plus Fatsha Ja Plus Alif Ja Jim plus Domma Ju Plus Harf Alwao Ju Jim plus Kasra Ji Plus Alia Ji Jim plus Kasra Ji Plus Harf Alia Ji Jim plus Plus Tanwim Udaf Fatsha Jan 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 Jim plus Fatsha Plus Alif Ja Jim plus Domma Plus Ju Jim plus Kasra Plus Ya Ji Jim plus Kasra Plus Ya Ji Plus Talo Guzzo chang Jans Los Jans Lai on Bti Talo Jans tranh Put Pbah Talo Jans Paham ut Jurs Harf R plus Fetha, R, Ja, Ra. Harf C plus Dommatain, Sun, Ja, Ra, Sun. Klingeln und der Glocke. Ja, Ra, Sun. Harf Dall plus Fetha, D. Ja, Jim plus Harf Almed, Jim plus Harf Almed plus Fetha, Ja, Ja, Da, Ja, Jim plus Fetha, Ja. Ja, Hier, Ja, und hier, Ja. Harf Alte plus Tenwin, Dommatain, Tun, Deja, Ja, Tun. Was ist Deja, Ja, Tun? Hühner. Eine, ein Hohn. Ja, Deja, Ja, Tun, Hühner, Deja, Jun. Ja, aber eine, immer Tun, Deja, Ja, Tun, oder? Deja, Jun. Nimm ja noch eine. Harf Dall plus Fetha, Da, Da. Dall plus Fetha, Da, 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 Ra, plus Alif, Harf Almed, Da, Ra. Dall plus Fetha, Ja, Ja, plus T, plus Tenwin, Udadummatain, Tun, Dall, Ja, Tun. Dall plus Fetha, Ja, Yem plus Fetha, Ja, Sum, Jem plus Dommatain, Jun. Dall plus Fetha, Da, Ja, Jem plus Danwin, Udadummatain, Jun. plus Kassra J plus Sukun J plus Fatsha J plus Alif J J plus Dm plus Wau J plus Kassra plus J J plus Kassra plus J J J J plus Tannouin Uda Fatshatayn Jann Paishbiel J J plus Fatsha J Ra plus Fatsha Ra Sin plus Dm Tannouin Sun J Ra Sun Klingel Uda Glocker Glocken Da Del plus Fatsha Da J J plus Fatsha Plus Alif J J J J plus Fatsha J Ta Plus Dm Tannouin Tun Da J J Tun Hun Tannouin Dall Plus Fatsha Da Ra Plus Shadda Plus Fatsha Plus Alif Alif Ra J Plus Fatsha J Ta Plus Dm Tannouin Tun Darr J Tun Fagat As-Salamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh